Die Regierung hat ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen. Gegen Linksextremismus oder islamistischen Extremismus will man in diesem Zusammenhang der Extremismusbekämpfung offenbar nichts entsprechendes unternehmen. Auch was der bewusst unscharf gehaltene Begriff Hass eigentlich umfasst, jenseits schon existierender definierter Delikte wie Verleumdung, üble Nachrede oder Volksverhetzung, soll verschwommen bleiben und gezielt ein Feld begrifflicher Unschärfe eröffnen. Die Gelegenheit nach zwei einzelnen Verbrechen, dem Mord an Walter Lübcke und der Tat in Halle, dabei zur Kriminalisierung von Regierungskritik die Unterscheidung von Rechts und Rechtsextrem verschwimmen zu lassen, ist so verlockend wie von den selbstproduzierten Sicherheitsproblemen durch den Import migrantischer Straftäter abzulenken. Denn in Wahrheit ist das Gerede von der zum Islamismus gleich großen Gefahr durch Rechtsextremismus, die man nun erkannt habe, schon vom Ansatz her widerlegt. Der Generalbundesanwalt hat letztes Jahr 855 Verfahren wegen islamistischer Bestrebungen eingeleitet, wegen Rechtsextremismus ganze sechs. Islamistische Gefährder gibt es gegenwärtig 702, rechtsextremistische 43. Zahlen, die nicht auf eine Gleichrangigkeit schließen lassen, sondern auf ein Übergewicht islamistischer Gefahren um Größenordnungen von Faktoren 10 oder 100. Was lernen wir also über das Denken dieser Regierung? Es reicht offenbar nicht, wenn die neue Justizministerin in Fortführung der Arbeit ihres Vorgängers, des Zensurministers Heiko Maas, ein weiteres Mal die Spezialität der SPD für ein Amtsverständnis ihres Ministeriums als Meinungsunterdrückungsministerium vorführt. Zensurinitiativen wie NetzDG und Uploadfilter samt der Unmengen politisch motivierter Internetsperren sprechen da eine deutliche Sprache. Selbstverständlich sind die schon bestehenden strafrechtlichen Paragrafen, ungerechtfertigte Meinungsäußerungen betreffend, sowieso immer anzuwenden. Aber für diese Regierung ist Demokratie anscheinend erst dann gegeben, wenn das Volk dieselbe Meinung wie die Regierung annimmt. Statt Demokratie als Weg einer argumentativen Willensbildung anzusehen, soll der Wille vorgegeben werden. Wenn aber die Politik immer wieder mehr Respekt einfordert, sollte sie vor allem einmal mehr Respekt für abweichende Meinungen bei den Bürgern haben. Bewusst werden doch hier Ebenen vermischt, der Themenkomplex Beleidigung, Kriminalität, Extremismus und der Kampf gegen demokratisch legitime Meinungen andererseits. Es braucht klare, eindeutige Kriterien, was unter Hass zu verstehen ist, damit jetzt zunächst starten von eindeutigeren Fällen der Rahmen nicht immer weiter künftig ausgedehnt wird, bis jede Regierungskritik als geistige Vorbereitungstat interpretiert wird. Beim Stichwort Prävention soll der Verein Demokratie leben mit 115 Millionen Euro im Jahr weiter finanziert werden. Darin unter anderem die Amadeo Antonio Stiftung. Es werden, so heißt es, Initiativen unterstützt, die sich für Vielfalt und Zusammenhalt einsetzen. Geförderte Projekte, auch häufig mit Antifa-Kooperation, richten sich tatsächlich aber oft gar nicht gegen Rechtsextremismus, sondern einfach gegen politisch rechte Meinungen. Es soll alles bekämpft werden, was nicht links ist. Es geht darum, das politisch legitime Meinungsspektrum zu verengen. Das Programm hat sich immer weiter nach links verschoben. Die Vorgängeinitiative unter Christina Schröder, Demokratie stärken, hatte sich noch auch gegen Islamismus und Linksextremismus gewandt. Frau Giffey, die jetzt ihren Doktortitel behalten darf, weil ein als ultralinks bekanntes Politikwissenschaftliches Institut der FU Berlin zuständig ist, hat 2014 das abzuverlangende Demokratiebekenntnis für förderungswürdige Initiativen wieder abgeschafft. Ganzen pleasing physics 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 heavens Viel physics żeby カ qu